Der Spieler mit einer großen Historie. Und das ist ein ganz interessanter Mann. Sehr, sehr guter Scorer. Hat letztes Jahr in Dänemark gespielt. Zusammen mit Skylar Bolin. Der ja auch eine Vergangenheit mit Dennis Bucher hat. Zusammen mit Gießen gearbeitet. Der wahrscheinlich da seine Empfehlung mal ausgesprochen hat. Und auf der anderen Seite könnte einer der Entdeckungen dieser bald kommenden BWL-Saison werden. Willosette drückt ab. Direkt aus dem Drittlegen. Missverständnis da. Entscheidender Faktor werden am Schluss in einem engen Spiel. Und nichts anderes erwarten wir. Graves findet Rapik für drei. Die Trierer spielen einen feinen Ball. Und hier sieht man auch direkt Ermans Rapik, der auch viel Energie in der Verteidigung drauflässt. Das ist mal so ein kleiner Showstopper. Der switch kommt wieder. Dieses Mal kriegen sie Tobutis guten Bild eingebunden. Rapik, der nicht mehr über die Schnelligkeit kommt, der jetzt muss. Aber über Erfahrung, aber mit Erfahrung kriegst du den Buben auch nicht mehr weg. Lahn Müller, 2.39 Zugang aus Tübingen, steckt ihn durch, Tupotis legt ihn rein. Wieder ein Swiss-Match. Schwieriger Wurf. Sehr, sehr talentierter Scorer. Zillow Set. Sieht super easy aus, finde ich immer, wie Zillow Center zu vorkommt. Aber es ist sehr viel schwerer, als es aussieht. Für den Garten, einen kräftigen Körper, eine gute Größe. Jetzt mal schön gespielt. Wieder der Switch. Und Calvin spielt das klasse aus. Nicht mehr Macht, das ist Henrik Drescher, der draufgeworfen hat. Aber auch der kann nicht mehr draufs machen. Auf der anderen Seite einer, der vor allem zum Ende diese gute Energie da defensiv aufbietet. Koplin. Ja, dann zahlt sich die Small-Ball-Aufstellung schon so ein bisschen aus. Viel Druck in der Verteidigung, Ballgewinne, schnell nach vorne spielen. Frankfurt, der jetzt mit Murenkert auf der Vier unterwegs ist. Auch mit Chrisy Phillips, einem sehr mobilen Forward, der alles verteidigen kann. Aber die Trierer schafft es jetzt eben. Parsons mit viel Athletik. So in ein Spiel zurückkommt, wo man keine wirklich gute Anfangsphase hat. Aber, wie du schon sagst, sehr unaufgeregt zurück zum Erfolg kommt. Aber jetzt hier der Ballverlust. Und dann, der Ball war schon am Brett, oder? Ja, der muss zählen. Komplen, dass er etwas automatisch gespielt hat. Was der zweite Turn-Off in Folge von Komplen. Super Cut. Der durchwindet. Ja, ist sehr gut off the ball, bewegt sich da gut. Sehr viel Kontakt da, macht sich trotzdem gegen Boswell. Toller Drive. Ein Wahnsinnsathlet. Thresher. Gute Penetration. Nächster Offensive Rebound. Links. Murenkert mit dem Foul. Klassierbar Offensiv Rebound Nummer 5 von Martin Lenz Linsen. Hätte ich die Pro A übertragen. Sonst hätte ich den Klapp mal eingeladen in Bastis Corner, ja? Vielleicht, wenn sie in die zweite Pokalrunde kommt. Oh! Sofort die Timeouts von Dennis Buchara. Irgendwas ratlos, was die Frankfurter machen. Das ist ein schwieriger Wurf. Frankfurt erst mit zwei Dreiern überhaupt, die reingefallen sind. Und JJ Mann wacht jetzt auch auf. Die haben alle ein bisschen gespart für das letzte Viertel. Vielleicht der aufgehende Stern eines zukünftigen BBL Coaches. Stark von Crosswell unter Net One von Martin Linsen. Super von Crosswell ausgeholfen. Aber die zweite. Murenkert bisher mit null Punkten. Koppeln gegen Nade Kuhnle. Des Bosses, der Schiedsrichter. Parsons, wieder ein Missverständnis. Das war jetzt sicherlich schon das zweite oder dritte Mal in dieser Partie. Der Kater von Phillips und der Block von Türbis. Crosswell gegen Linsen. Super Verteidigung. Crosswell macht es trotzdem sehr gut. Löst sich da. Plus zwei für Frankfurt. Eineinhalb noch zu gehen. Kann Trier die alten Wunden schließen? Oder erfahren Sie die nächste bittere Niederlage? Ja, Charlie für drei! Wahnsinns-Dreier! Aber passens. Ist das schlecht von Trier in der Phase? Time-out, während wir diesen Wahnsinns-Dreier von Jagd-Charlie noch mal sehen. Graves mit der Penetration. Man, Jagd-Charlie. Man für drei. Aber der bleibt aus. Und jetzt müssen sie faulen. Und Jagd-Charlie mit dem... Ich fange relativ früh mit dem Play an. Hade Kuhnle mit dem Foul an Parsons. In beide Hände nimmt. Jagd-Charlie mit dem nächsten Foul. Diese Begegnung machen. Macht das auch. Und Frankfurt kriegt den Ball rein. Und damit ist dieses Spiel vorbei. Frankfurt bestätigt. Weil ja, d nacionalistisch in Background. Danke was mir für diewinst. Alles z', ALL dass ich die Konflictiere mache. Denn hier beberberu cho eher leber. gehört mal weros. Vielen Dank.